Willkommen als nächstes den Stardust Verbund von WECO Feuerwerk. Ich habe ja gesagt in der Prospektbestellung, dass ich mir die holen werde. Und ja, dann schauen wir mal, ob ich die 1.1 ausgepackt bekomme. So, wir haben die Stardust aus hier. So, unser 3er Verbund mit der Startbatterie notiert und den vielleicht anzünden. Gut, wir machen das mal. Oh, fein abgerissen. Es startet mit Leuchschuhöl. Wer den besten sieht und hört man die Zündschnur die ganze Zeit außen, gefällt mir persönlich nicht so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020